ach ich kann mich noch und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge counter strike global offensive mit dabei der doppel ak gewertete lucas und die einzelne ak arne und ich mit meinen zwei goldenen sternchen niedlich 3 auf oja kann sein bombe a sind alle untergefallen einer ist die treppe hoch der ist hinter der kiste ist hinter der kiste der letzte ist da vorne ich habe nicht ein gegner wirklich gesehen ich habe keinen mp bekommen er hat sich umgedreht und gibt mir sofort einen headshot er hatte die glocke aber auch auf feuer schluss na ja wir haben ja nur einen hit gegeben das mikrofon anders als sonst besser da ich rauf offensichtlich falsch schaden wir hätten ja kaufen können ich idiot habe noch eine pistol round gespielt und ich kann auch nicht mit der pistole umgehen in der mitte die bombe wäre auch mitte lucas über mir sind steps da kommt einer glaube ich ja dass er wieder zurückgelaufen also in der mitte ist viel party noch die könnten jetzt von hinten eventuell kommen gute genau bei mir ist einer bombe da schön und mit da und da und purple hatte dafür eine waffe ich bin ich bin ich hatte noch eine pistole die hatten alle noch eine pistole ja er war die haben mich gekillt und ich hatte auch nur eine pistole oder hinten ane ja blau steppt ja ja euer mäd ist zu euch gekommen der ist raus oder ach ja disconnect mit einem kill habe ich timed out ja irgendwie disconnect gehabt interessant stand offensichtlich am sport weißt du nicht kann es auch sein dass er den disconnect erst nach dem loswerden hatte ne weil dann habe ich kein recht oh ich bin schon wieder hier runtergefallen ja wieso fällt es Arne puste mich mal hoch bitte jetzt ah danke an dieser mitte oder wow was wie sind sie denn dahin durchgekommen sb oder ja die müssen irgendwie an mir vorbeigekommen sein aber ich weiß nicht wie die können ja hier ganz aus sein das war schlecht von mir da hinten hinten links da in dem durchgang schön oh das ja aber das reicht der chicken geht ein bisschen ab irgendwie ne der hat der hat das war ein krasser hitter das war das war ich glaube ich glaube ich kaufe mir auch meine aug ne ne hier warte nimm meine zu spät zu spät hab schon wenn ich sage dir hier warte dann drück doch nicht auf kaufen da hatte ich sie schon nein ich habe gesehen dass du sie erst danach hattest das ist der teamspeak delay gewesen ja bla ja das werde ich überprüfen ja ich konnte ich konnte zumindest nicht mehr du musst auch bedenken manchmal braucht man auch noch ein paar sekunden bis man was verarbeitet hat im kopf und ich konnte definitiv nicht mehr reagieren woher guckst du hin Arne auf dann guck ich runter siehst du wer ja was chicken chicken is down sind die bei A ne ne hier war keiner da haben wir zwei gekillt wir sind nicht verkacken werden ne hier ist noch einer unten der ist unten ja siehst du down oh das kann man nicht ich habe nicht einen gegner gesehen ey was ist ich habe 002 weil wenn ich gegner sehe bin ich tot aber das ist relativ selten ich habe in vier runden zweimal den gegner gesehen doch die auge die spiele ich jetzt nicht nochmal pass auf wir haben nur das geld ey der macht das am runden ende Junge ja jetzt liegt hier ne waffe rum ja hier kommt doch eh niemand hoch natürlich wenn einer von uns mit meiner waffe gekillt wird dann Lukas fahr hier nicht wieder runter dann mache ich ne case auf oh oh gefährlich ja voll die bestrafung geil oh die kommen bei mir B B B it's B alle auf B der eine ist minus 84 alter hier muss man so ewigkeiten laufen mhm hier oben dann ist man hier sicher runter da wo Lukas war hätte man runterspringen können auf das Geländer ne sicher ist was anderes ich hab nen kit nicht 1-1 lass mich okay ah MVP oder nicht gute lass es ja wer weiß wie die darauf reagieren ja guck mal jetzt würde ich deine AUG nehmen ja willst du ne jetzt hab ich schon wieder selber gekauft du hast ja keine mehr ja nächstes mal kaufen wir dir Mavi fürs Geld ok ok das passiert alter ich bin so schlecht ich hab noch nicht einen kill ne wo guckst du hin Arne B B B ich verschieb mal zu B bleib du mal da ich hab einen gesehen auf B aber keine Ahnung wo genau der ist wow einen auf B gesehen und sagst B und der wo ist der kommt der zu mir ich seh nichts Steps obwohl es kann auch blau gewesen sein bleib mal ruhig äh F32550 hier sind Steps wieder gebe ich ihm 84 in 3 sag mal ruhig bitte sag mal ruhig die sind unter dir da kommen die Treppe hoch nice hat er aber genossen ja ja ich hab überlegt da unten ist einer ne ich hab überlegt ob ich den wirklich kille genau lieber nicht killen das ist immer eine blutige Idee ja dann damit sie nicht wissen wo ich bin wow du könntest mal treffen das würde auch helfen die können äh nicht zum Holzding gehen dann können sie nicht durchschießen ja ich weiß aber hat er gemerkt nicht zum Holz gehen warum gehst du denn da hin wenn er sagt du sollst da nicht hingehen das war das TeamSpeak Delay ich kann das nicht okay droppt ihr mir ne AUG oder ne M4 ist mir egal ich hab okay danke ähm ich hab die nicht gekriegt Arne hat die gekriegt Arne Job mal ne ich hab sie ich hab sie ja ja inzwischen hab ich sie Arne du musst wieder mitmachen let's go also mit bei mir bleiben ich muss wieder mitmachen ja spiel mal wieder mit ja genau spiel mal wieder mit ja genau spiel mal wieder mit wo guckst du hin guckst du unten hin ja fahr hier nicht darunter hier sind Smokes Smokes oh gut dass der nicht getroffen hat wir bringen jetzt läuten die Glocken hier bei mir Lukas da kommt einer hoch ich bin down auf A? ja alle? nein weiß ich nicht Bärse ja die auf B geplantet ne muss ja A sein oh der wurde gemessert der ist oben drin Arne oben drin da los rush den mal der ist low ja ich bin auch low Go rush together! Rush him! Rush him? Rush him. Er kann auch runter gesprungen sein, ne? Nein, ich weiß er nicht. Ich bring dir eine AWP mit Ute. Ja, aber, ja, ok. Ja, liegt hier noch eine andere? Weiß ich nicht. Aber eine mit Skin! Ist echt so, man spielt besser mit Skin. Ja, dann spielt er jetzt diese Runde leider schlecht. Du brauchst eine Waffe? Ne, hast du da. Oh, was machen wir denn gleich als Tee, ey? Ja, einfach als Team zusammenspielen. Gehst du unten hin wieder? Wir kriegen das da. Flash war nicht von uns. Und? Ja, aber da ist ein Smoke. Ich habe abgesmoked unten. Oben ist nichts. Ihr könnt auch rechts, da ist eine Tür, ne? Da könnt ihr auch noch kommen. Oh Gott. Wirklich? Oh, ich dachte gerade, du bist schon wieder runtergefallen. Nein, nein, nein. Ich habe nur Tür gesehen. Ich versuche gerade über die Kiste zu gucken, indem ich mein Kopf höher stecke. Wow. O. B. Sicher? Ja. Ja. Kacke. Er hat ein B. Der ist bei... Ah, schön. B habt ihr unter Kontrolle, Jungs. Ja, ich habe nach A verschoben. Nachdem ihr alle bei A wart, habe ich nach A verschoben. Hier ist tatsächlich einer. Der letzte war da auch, oder? Da auch, da auch in der Ecke hinten. Last one is in the corner, coming. Diffuse durch. Ich habe kein Kit. Oh, reicht. Schaffst du. Reiß. Ah, das war unnötig, der Tod. Puh, ja, meiner auch. Was für ein Drop ist mein Kit. Ne, danke. Ne, danke. Ich habe selber Bonbons hier liegen. Let's not lose a hostage. Das, Junge. Wow. Ich bin froh, dass ihr nicht getroffen habt. Ich würde eigentlich die Tür hinten smoken. Bei dir irgendwas los? Nicht. Hat irgendwer Mitte? Nicht wirklich. Ah, B. Noch mindestens einer. At least one more at B. Tschüss, Chicken. Warum ist er noch ganz hinten? Wir wissen ja auch nicht, was wir machen sollen, ne? Nessa, I would say to your right. Du mal hin. Also, da hin. Ich bleib mal hier. Oh. 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 Yes. Nice. Nice. Nate Kill. Und der zweite damit sogar noch den Assist. Wahrscheinlich auch mit der Granate. Oder? Ja, aber den einen habe ich ordentlich vorher angehettet. Oder? Ich glaube. Der war ein Nate. Der eine war ein Nate Kill, ja. Ja, die haben beide gut gefressen. Das war eine gute Nate. Hehehe. Let's go! Ich glaube, die kommen jetzt nochmal A. Die spielen mit Bot, ne? Ja, letzte Runde ist... Ah, jetzt. Ah, jetzt. Ja, jetzt wieder. Aber trotzdem ist er down. Also, er darf nicht mitspielen. Ah, ne? Ja. Bestimmt. Lass mich pushen. Nein, kann ich nicht. Bleib du einfach hier. Bleib du einfach hier. Flashbang. Lass uns in die Aerie. On one. Rush. Mit der einer Orb. War der doch hinter mir? Hey, wie kannst du denn hier aber runterfallen? Ich verstehe es nicht. Nein, nein. Gib mir mal auf. Nein! Wer hat gesagt letzte Runde? Wir haben doch noch ne Runde. Ja, ich dachte auch, hä? Wir haben es 10. Ich hätte fast die Waffe weggeworfen, ey. Wer hat denn gesagt letzte Runde? Ich sagte, letzte Runde ist Chicken rausgeflogen. Ach so. Hätte ich gesagt letzte Runde? Ja, letzte Runde. Ach so, der Smoky Shit. Ach shit. Ich werfe erstmal fast die Waffe weg. Wohin? In die Tür. In die Tür. Warte, ich geh runter. Da ist einer. Da ist einer. Ganz cool. B. Was war's los? B. Geplantet. Willst du mich verarschen? Was? Ne. Ich spreche mit meinem... ...Segner. Also einer war noch auf A. Einer hinten hinter der Wand. Warte, mach hin. Shit. Toll. Da hat mich eine Kiste geblockt. Ah. Naja. Safe. Safe. Okay. Wow. Genauso viele Kills wie ich. Herzlichen Glückwunsch. Alter, ich hab 317. Boah. Kein Diffuser. Ich hab keine Rüst... doch Rüstung noch, aber keinen Helm. Ich hab nicht angefangen. Oh, wir hätten ja alle droppen können. Ja. Habt ihr aber nicht. Ja, weil du nichts gesagt hast. Man kann auch so was sagen. Lass mich runter. Lass mich runter. Es ist mir erst zu spät aufgefallen. Ich bin hier unten. Wir haben eine Flash. Wir haben eine geflasht. Wir haben ge-hittet. Wir haben ge-hittet. Ja, da kann man dich nur rauspüsten. Keiner wohl rauspüsten. Nein, den hätte er machen müssen. Den hätte aber sowas von... Das war's. Klatscherkick. Leise bitte. Leise. Es wird... Rechts rum. Blick an. Bleib stehen. Blick an. Du musst an die Fiersen. Ruhe. Deine Steps. Oh Gott. Alter. Geht. Safe. Save a car, please. Maybe. Save a car, please. We'll try to get one. Save a car, please. All has been defused. Kill her, kill her, kill her. Ne, das ist mir gar nicht. Links 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 hinter dir. Keiner. Sorry it didn't know where to find one. Ah, da kannst du mir was legen. Ja. Oh, wie er dann ganz schnell alles gekauft hat, ne? Wer? Ah nein. Hier, Lukas. Ach so. War jetzt zu spät. Boah. Meinst du, das dauert immer ein bisschen bei uns? Ja. Jetzt hab ich. Okay. Lass dich aber nicht holen. Auf B. Wo habst du hin? Ah, okay. Da ist unten einer. Ah, ich dachte, die wären weiter durchgegangen. Wo ist der? What the fuck? Da unten ist einer. Hier, Bombe auf A. Bombe auf A. Bomb is A. Bomb is down. Komm. Komm, komm, komm Arne. Ich hab noch vier Leben. Route 29. Und euer Mate verschiebt gerade nach A. Hat 100. Zeig dich mal nicht. Wow. Zeig dich mal, das ist schlecht. Lukas, über dir. Oh, Mann ey. Der gibt nur Headshots, dieser Chicken. Wenn der trifft oben Headshots. Lukas, oben war... Ach so, das war der Chicken. Sorry. Ja, das war der. Ah, im Fenster war er. Ja. Hättest du haben müssen, Lukas, ne? So wie ich eben. Wie war das noch? Klatsch oder Kling? Und ich mach den Klatsch? Haha. FAMAS. Esai. Was willst du mit einer FAMAS? Mit einer UMP? Die ist genauso gut. Nein, ist sie nicht. Doch. Ja, nur weil das irgendwer sagt. Also ich komm mit der UMP sogar besser klar, als mit der FAMAS. Ja, und ich mit der FAMAS. Ja, ist ja okay. Aber trotzdem ist die UMP mindestens genauso gut. Wenn nicht sogar besser in meinen Augen. Mach das denn hin, bitte! Alle! Never! Ah! Die sind A, genau. Alle? Bei... Aber da war die Bombe. Wurde dahin gerichtet. Gesichtet. Never, Chicken! Never! Ikki-wiki, Mavi! Ja, ich hab da eben einen vor mir gesehen. Unter dir, Mavi! Ja, ist teamit. lukas hinter dir wo war denn schon der chicken das chicken rausgeht wiederkommt und dann so ultra gut spielen ich sag doch der hat angemacht aber der hat vorher auch schon genauso gespielt weil ich habe eine letzte runde aber erst mal echo der hat vorher noch nicht so gut gespielt doch doch der hat mir vorher auch mal einen headshot gegeben down ja der musste sich jetzt erkillen lassen bitte lukas was hast du für eine waffe niemand da oder vermute ich mal b haben wir nichts gesehen ja da steht einer minus 47 war wieder rechts an der wand rechts ja danke links waren steps von mami einer ist oben im fenster die waffe guckt raus einer ist oben im fenster und einer ist oben links beide sind oben einer bei den stairs der ist links reingekommen fuck ja go 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 man let's run ok ok safe ja safe safe nice nice safe nice safe good safe er hätte es doch eh nicht geschafft ne wieso hat er sich denn um verkennt chicken reported chicken reported from all of us for what for what wofür lukas wofür ich habe das auch nicht verstanden für cheaten das hast du aber nicht gesagt hast du irgendwas anderes gesagt doch a 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 b ist halt schwierig zu halten vor's gelb einer oben drinne rechtes fenster einer oben hinter den kisten einer oben hinter den kisten an der treppe direkt nicht alle rushen nicht alle rushen oben down gebt eure spots ein hinter uns fahr ja natürlich weg fest lukas hinter dir einer da oben mit sag ich dir halt nicht an wo sie sind ja what he is defusing defusing bro mother fucker oh das kann nicht sein ey maaa wir können gegen kaufen oder ja b7 geht immer ja ump geht immer ak doch mal a mit oder mitte hoch spawn und dann zu a boah ich hatte die waffe noch nicht drinne ja hat jemand auch gesammelt und dann irgendwo da ist einer da ist einer bombe down wir müssen wieder zurück hm keine steps reporte checken mal ich hatte eben den diegel one click alter du bleibst doch nicht stehen wenn ihr dich nicht seht na also da sind beide 52 habe ich ihm noch gegeben ja was hätte ich machen sollen der ist so hin und her getanzt aber du hattest noch genug zeit warum rennst du dann los wo um die bombe zu holen wieder ja aber du bist gerannt ja und die haben mich ja trotzdem nicht gesehen und gehört ja aber es ist trotzdem unnötig wer war vor mir tot arne ja du bist die runde nicht ich habe eine ak ich habe keine echo man kommt jetzt immer ja natürlich alter der zweite der durchläuft ist tot oder was chicken with avp at right window ja super und danach sterben oder was und die runde abgeben vor allem ist deshalb auch jemand anders gestorben hat er vorher ja richtig ja ich hätte es aber eh nicht geschafft doch du hättest die doch ein teammate ein teammate wäre am leben noch gewesen klappt gut lass mal bitte echt so ein blödsinn sein ey wenn du 15 0 führst dann kann man sowas mal machen ne ey warum nicht du messerst den nicht nochmal nein und lässt nen teammate drauf gehen die wieder A nein warum B ok ok ja lass B lass B einfach mal was anderes machen wir sind immer A gegangen bisher aber B ist echt schwierig zu halten dann auch ja aber für die auch naja und wir haben den first pick da kann man nicht hoch ok ey Lukas ich kann nicht pushen wow danke für die Flash wow sind da zwei ich seh nur den einen Alter wie drücken die denn da kommt zwei wo ich seh nur den ich seh nur den einen will den pushen und dann holt mich noch ein zweiter oh man der Spot ist scheiße ist wieder A ich glaub das ist ne CT Map wir müssen halt einfach wirklich hoch rushen das Problem ist bis jetzt bin ich jedes Mal wenn ich da raus gekommen bin erschossen worden ja dann gehst du zum hoch ne dann lass mal nicht da längst wir können ja noch hier rechts weiter rechts außen ich bin jetzt schon oben ja man kann auch zurück gehen er hat verkackt er hat verkackt Lukas komm 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 oh man wir hätten uns hier hoch pushen können er brennt los rush ihn von wegen er brennt er ist da er brennt wie ich aber auch immer das Kanonfutter mach ja es nervt mich wenn einer redet ne alter im smoke ich hab den irgendwie aus der Tür ja du hattest da hattest du die Füße kurz gesehen ne schön abp aber ohne Skin oh ich würde dir empfehlen nochmal nehmt euch wir können uns da rechts wieder hoch pushen ja weil dabei hat eben niemand hingeguckt du meinst ganz rechts außen ja da hat niemand hingeguckt ja kann sich auch ändern der ist down chicken ist oben drin ne boah diese Flash push dich oh sorry nein einer on spot der kommt von hinten so ich hätte nen Headshot bekommen schön man erstmal regeln wir 3 planted schön schön sorry für den Team Attack das war ganz knapp das ich noch hätte legen können ach du hast mich erst attackiert ja ich dachte das wär die Gegner war wie ein 4 war wie ein 4 ja gerne danke ich geh rechts raus also ganz rechts außen mit der Aave let's go my brother ja okay lass mich vorgehen oh was blockt der mich alter ja okay die pushen da rein wo wir sonst rauskommen die könnten euch in den rücken fallen watch your back sehr pushing ja ja eh die gegel oder was hinter dem auto hinter dem auto da 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 hab ich keinen gesehen da hab ich keinen gesehen oh oben den hat der ist da einer noch Onspot das ist der letzte der letzte ist Onspot der letzte ist Onspot ja ihr seht den roten Punkt an der Tür war der in die Tür rein ist der genau wow he's low da da right ja ja deadluck ja aber echt naja er wusste dass er da ist und low ja Arne machst du? ja gut ok he's low at right side door ja genau da boom tot zu geil information so jetzt der erste kehrt meiner hin komm schon chicken wo bist du? flieg ist hier nicht auf B war was auf B haben die sich gelegt alter chicken hat ne der ist oben da wo die bombe down ist genau an der bombe mit einer pump ja da ist er Arne der hat eine schrott gun vielleicht nimmt er jetzt meine ak die licht da rum oh oh danke oh danke Lukas rechts Arne in der Tür war einer in der Tür rechts ja ja der von hinten war noch selbst oh gott wow in der Tür war immer noch einer das kann nicht sein warum ziehe ich auch nicht da rechts in der Tür ist einer drin 15 15 15 nice und chicken war da mit einer pampe kann auch meine ak genommen haben nice ace oh ich hab das ace gemacht weißt du sonst schreit er rum lasst mir das ace lasst mir das ace und wenn er dann mal so eins macht fällt mir das gar nicht auf auch ne geile Orb die du da hast this is what we have been working for wieso danke ja weil die mir alle gratuliert haben zum ace echt ich nicht keiner ich glaub da rusht einer hier viele Steps kleine Huhe nein wieso wechsle ich denn auf Messer ich Idiot ja Tür kleine Tür hat er raus geschossen in Mitte und hat die Bombe down geschossen da drin war der Arne äh Lukas ist er immer noch Lukas wollte ihn messern ja gegen vier naja aber hups Granat da schwimmen wir jetzt schön seriös runter ok nachdem ich sagte es ist ne CT Map haben die nicht mehr so geholt als CT ne naja komm schon lass mich den raus warte ich muss hier den ersten Kill ja lauf durch mein Feuer durch nice warte ich muss den ersten Kill und ist auch wieder geil was mich versuchen den ersten Kill wow OnSpot genau OnSpot sitzt er zwei einer jetzt oben bei den Fenstern Lukas ich glaub von hinten kommt einer der Chicken ist OnSpot von hinten kommt einer Lukas hinter dir Alter oben und unten war halt auch einer hast du schön den ersten Kill safe safe hätte ja sein können dass da einer steht ich bin safe ich bin safe ok don't safe komm lass uns nochmal auf A drauf fahren Lukas ich hab keine kann mir jemand droppen ja Lukas kannst du allen droppen ich 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 verteile Waffen aber nicht an mich danke ich hab zwei AKs gedroppt ja toll ich kampf jetzt in Uhr ok A rush nein ok ich dachte das ist ein Gegner komm die sind zu viert ja go A wusste nicht Fenster ja was ich dachte go du hast gesagt komm die sind zu viert also geh ich los ja das war nur ne alte alte Motivation wow Arne vorsichtig da oben ist noch einer da ist noch einer drinne tja Lukas wer messert wird auch gemessert hab nicht gemessert nein hab ich nicht diese Runde nicht dann hab ich gemessert hast du einmal da ist ein teammate bei drauf gegangen sonst hätten wir die Runde geholt ok das stimmt das ist die Runde wenn wir die geholt hätten hätten wir jetzt schon gewonnen naja ne dann wird aber anders gelaufen ne 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 dann wäre ein teammate mehr am Leben hinter dir oder so sind Steps ja neben mir glaube ich oder unter dir keine Ahnung oder unter dir keine Ahnung oder unter dir keine Ahnung Stay together, team. Stay together. ECHO? Stay together. Bleibs lieber nochmal. Go B all, guys. Go B. Okay. Why? We never worked. Never. Einer Mitte. Ich bin schon B on Spot quasi. Ja, ich hab die Mitte ein bisschen abgelenkt. Go. Geht, geht, geht. Go. 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 Bitte, schnell. Ja, der hat noch zwei, 60. Der kommt aber langsam. Verarschen. Wo ist geplantet? B. On Spot. On Spot. Der defuse. Der defuse. Der defuse. Lauf. Schieß durch. Yellow kill. Den anderen. What? Ich hab da doch rein gesprayt. Oh, ja trotzdem. Wie den anderen. Ich hab nur einen gesehen, du Pfeife. Oh, meine Güte. Ach, wir haben ja gewonnen. Ja. Ach so. Dann wird die Hunde verloren. Wieso sagst du den anderen? Da war nur einer, den ich gesehen hab. Ich hab nur erstmal voll in den Nebel gesprayt, wo die Bombe getickt hat. Falls er da am gefüßen ist. Ich dachte, da kam der andere dann auch raus. Ach so. Ich hab ihn nicht gesehen. Kann natürlich auch sein, dass der Nebel bei dir anders dargestellt war. Hm. Joa. Aber ich würd sagen, gewonnen! Nice. Schön. Ah, endlich mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Müsli Müsli.